Ich bin wieder da, ich überlege immer noch, was ich euch gestern noch sagen wollte. Das war's nicht. Darum jetzt, willkommen in Igis Castle. Josh hat keinen Bock drauf. Der mag keine Geisterhäuser und keine Casals. Ich glaube, ich wollte sowas sagen wie... Es gibt Spiele, da hat man sich früher Stunden, Tage, Wochen dran aufgehalten. Press up on the control pad while you're jumping and you can... Das ist echt schwer zu lesen, diese Schrift da. And you can cling to the fence to go in the door. ...in the door, nicht the door at the end of this area. Use up also. Okay, ja gut. So manche Spiele... Toll, ne? Man berührt den Boden nicht, man kann hier sammeln. Manche Spiele haben sich über Jahrzehnte hinweg irgendwie gehalten als geile Spiele. Wenn man sie dann aber heute, 100 Jahre später, gefühlt, mal spielt, stellt man auf einmal fest, ich weiß gar nicht, wieso wir da früher Wochen für gebraucht haben, weil irgendwie sind sie doch eigentlich super... Na toll. Super Simpelsed. Nämlich zum Beispiel wären da zu nennen diverse Mario Lands, sowohl eins als auch zwei oder sowas. Man kann durch die Level einfach so hindurch rennen, ohne dass irgendwas jetzt großartig den Fortschritt behindert. Und, ähm, ohne dass das ersichtlich wäre, warum man da früher Wochen für gebraucht hat. So, bei dem hier ist es nicht ganz so extrem. Ich meine, man kann die auch sehr durchrushen, die Level. Aber, ähm, so Sachen wie Kirby's Dream Band. Ultimativ, was sowas angeht. Es hat echt Jahrhunderte gedauert. Und ich kann nicht mehr, Entschuldigung, ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum. Man rusht heute einfach so an den Gegnern vorbei. Früher hat man einfach so gedacht, ja, alle platt machen. Es gab nicht mal einen Score in dem Level. In dem Spiel oder sowas. Also, einfach nur, man hat es halt einfach gemacht, weil es so war. Guck, guck, du bist doof. Bam. So, hier kommen wir jetzt zu. Bond of Advice. One of Yoshis friends is trapped in the castle by Iggy Cooper. To defeat him, push him into the lava pool. Okay, so, hier ist die Door at the end of this room oder sowas mit Pushing Up. Geht's hier durch. Hier kommt jetzt ein bisschen Bam. Wenn man am Ende angekommen ist, dann wird die Zeit schon knapp. Dann muss man sich noch ein bisschen hurry. Man achtet auch oben auf den Timecode. Ich persönlich finde nicht, ich fand auch früher schon nicht, dass es irgendwie großartig viel mit Sekunden zu tun hat, was da oben passiert. Das ist halt einfach irgendeine Time. Welche es auch immer sein mag. Höh. Autsch, das war ja echt knutzen. So, push him into the lava. Wenn ich ihn jetzt treffen würde, dann... Alter, ist das schlecht. Der geht halt immer genau in die Richtung... Er geht genau in die Richtung, in die die Neigung des... ...dieses... ...dings ist. Oh, ich würde backen jetzt. Das war eigentlich ganz schön knapp. Ich war eigentlich ganz schön schlecht. Spaß gemacht hat es mir trotzdem. Aber es wäre schon geiler, wenn ich das in der Hand halten würde. Aber dann würde es die ganze Zeit worken. Darum schließen wir einfach mit einer Theorie der seltsamsten Art und Weise, die Sitzung der Bell-Up-Wiesel-Island, nämlich... Thank you! Mario has defeated the demented Iggy Cooper in Castle 1 and rescued Yoshi's friends, who is... ...friend. And rescued Yoshi's friend, who is still trapped in an egg. Together they now travel to Donut Island. Wir sehen uns also morgen quasi wieder wenn wir Donut Island 1 durchprügeln. Yes, continue and save. Ich stehe hier gerade auf einem roten Böppel. Das ist jetzt nicht einfach so, weil hier auf Donut Island die Böppels von den Leveln rot sind, sondern das hat etwas zu sagen. Und was, wisst ihr sowieso schon. Falls nicht, sage ich es euch morgen oder übermorgen. Wir werden es sehen. Bis dann. Tschövi.